Schlaf ist die Voraussetzung für eine optimale Performance. Viele von euch haben das im Alltag sicher schon erlebt, wenn sie zu wenig Schlaf gekommen sind. Schlaf hat aber auch ganz, ganz viele wichtige andere Faktoren, wo man genau unter die Lupe kommt. Und wenn man weiss, welche das sind, hat man sicher viele Vorteile im Alltag und im Bereich von Stressbewältigung. Bei diesem Kurs lernen die Mitarbeiter nicht nur optimale Schlafvoraussetzungen zu gestalten, sondern auch, wie man den Schlaf einsetzen kann, dass es auch ein Vorteil und kein Nachteil ist.